Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Left 4 Dead. Diesmal Tote Luft mit Dalukat, Kreis, Marv und Minimaru. Hallo. Du hast ja tote Hose hier. Super Hölle. Dead Air schirrt da. Ja, Tote Luft. Die Flüge wurden verschoben. Permanent. Permanent. Für immer. Bauerhaft gecancelt. Snakes on the Plane war da deswegen. Ach, das ist der Berliner Flughafen? Okay. Ich meine, Ants on the Plane. Ants on the Plane. Snakes on the Plane. Bugs on the Plane. Kannst du alles drehen. Scorpions on the Plane. Tigers on the Plane. Balkon, Drahto on the Plane. Silberrücken on the Plane. Dino on the Plane. Wieselrücken auf dem... Brettchen on the Plane. Rats on the Plane. Rats on the Plane. Rats on the Plane. Rats on the Plane. Gehen wir zum Flughafen, als wäre es so einfach. Hat er doch gesehen, ey. Das tut der Schutz gerade ab, so. Ich finde, wir sollten zum Flughafen kommen. Ja, da scheint es gut zu sein. Erstmal mischen wir hier die Crowd auf. Was, ey? Dann die Crowd hier unten, wenn wir ihn richtig haben. Ihr macht ja hier schon wieder Party. Ja. Pistols. Bam. Ja, also wie man bei mir schön sehen hat, die Uncut-Version vom Dalu-Guyter funktioniert. Manchmal muss man doppelt drauf. Neun Euro müssen wir wieder berichten. Okay. Ich glaube, ich habe letztens zwei verschenkt und habe immer noch welche in meinem Ding. Was von Left 4 Dead? Ja. Ich glaube, das gibt es einfach so. Steam installieren. Wenn ich jetzt vom Haus springe, sterbe ich dann. Versuch's doch. So wie Dota 2 mittlerweile. Am Anfang prügelten sich alle Dota 2 Keys. So stele Keys, ey. Ich habe so viele. Das gibt es überhaupt nicht, ey. 15 Stück oder so. Ich kann zwei ganze Matches voll machen mit Dota Keys. Jar Jar Bings. Das ist wieder gut. Ach, das wäre eigentlich wirklich als Furniture angerechnet, wenn ich den Charter mit töte. Wow, wow. Also, ich glaube, ich weiß nicht. Es ist einfach so, dass ich in diesem Let's Play einfach wahnsinnig wenig sage, ne? Ja, das ist allgemein so, glaube ich. Ja, ich weiß nicht, dass ich immer im Einsatz nicht erzähle. Ja, du wählst nie. Ich bin der stille Let's Player. Ihr könnt euch meine Videos angucken und da wird nichts geredet. Das ist erst, als ich deinen Kanal sehe, dass du Walkthroughs, ne? Das steht auch hinter den meisten Videos, ja? Walkthrough. Wenn ich halt dann immer so die Level-Namen und so mit reinschreibe, dann steht das da schon mit drin. Ja. Das gehört da ja auch zu. Ich habe eine Gitarre. Yeah, Gitarre. Dann spielt euch mal das Lied vom Tod. Oh. Spiel mir das Lied vom Kot? Ey! Bravo! Warum machst du das? Oh nein, einer ist draußen noch! Oh, die haben wir da gesammelt! Guck mal, wie sie kommen, die Crowd! Das tut weh, hat er gesagt. Lüge! Das ging aber fix jetzt. Level 1 geht eigentlich immer schnell, ist egal welche Kampagne. Das ist überhaupt keine Chance hier, die ganzen Leute zu töten. Weil Daluk hat schon wieder durch die Gegend geflogen ist. 700 Stunden hast du gesagt, hast du das schon gespielt, ne? Ja, damals jeden Abend. Hast du mal im Vergleich, die meisten kennen dich ja auch aus League of Legends, hast du mehr League of Legends gespielt oder hast du mehr Left 4 Dead gespielt? Na, 700 Stunden Left 4 Dead und jetzt umgerechnet 4500 Matches, LOL. 20 Minuten? Gleich viel ungefähr. 20 Minuten? Seit wann geht ein Spiel? Ja, wir gehen ja durchschnitt. Ja, er nimmt ja auch den kurzen Modus. Ich habe nur noch die Gitarre. Nja, okay 4500 durch 20 ist 4500 durch 3. Das ist immer noch mehr. Ich habe mehr League of Legends gespielt. Aber es gibt noch ein Spiel, was ich noch mehr gespielt habe. Autoscribe? Ne, leider was anderes. Ragnarok? Ne, WoW. WoW hast du noch 120 Tage oder so. Auf einem Charakter. Ja, und du warst davon ungefähr 90 Tage AFK in Ashenvale. Das macht man so, wenn man alles mitkriegen will, was passiert. Das waren noch Zeiten, ey. Mein Jäger hat 252 Tage. Ich habe auch ewig viel WoW gespielt. Ja, das war schon traurig. Ja, ja. Ich finde das echt traurig nach der Zeit. Mit der Gitarre. Ich bin ein Rockstar. Ich komme der Gitarre von mir sein. Bis Level 32 und dann habe ich auch gehört, weil ich habe Arbeit gefunden. Das bin ich immer noch auf Versuch, aber in WoW bietet mir keiner einen Job an. Nein! Du suchst immer noch Arbeit in WoW, was? Ja, aber will keiner mich einstellen, wenn ich sage, ich habe einen Level 80, ich habe einen Brief. Was ich ja halt so traurig finde, ist ja generell, es ist ja, wenn du es so siehst, eigentlich nur ein Klischee. Es gibt bestimmte Einzelfälle, die sind daran wirklich kaputt gegangen, an solchen Sachen, weißt du so. Aber letztendlich, die Allgemeinheit schafft es dann doch irgendwie ihren Spielhaushalt irgendwie in dem Rahmen zu halten, dass sie noch ein normales soziales Umfeld führen und leben können. Man darf halt bedenken, wenn die halt sonst keine anderen Spiele spielen, dann ist es ja nicht mehr so. Ja, eben. Dann ist es halt dieses eine Spiel, was sie zocken und so ist es dann halt. Wenn du dir dann so einen Core-Gamer anguckst, der wirklich jedes Spiel durchzockt und dann noch nach Gamerscore jagt oder so, der wird auch nicht weniger Zeit vor seinem Apparat verbringen. Ich glaube damals, ja. Ja, schau dir mal die Leute an, die so viele Lois spielen. Also es gibt ja so viele Leute, oder Black Ops, es gibt so viele Leute, die das so gut auch spielen. Aber einfach aufgrund der Zeit, wie die da investieren. Ja. Oh nein. Au, au, au. Au, au, au. Oder wer war letztens im Interview, dieser alte Opa? Dieser Opa bei... Das ist cool gewesen, ja, Alter. Das ist 1000 Stunden Battlefield oder so. Ja. Au, au, au. Der Battlefield, Mann. Rette dich. Boah. Ey, die treten auf mich ein. Ja, ja, die wollen dich ja nicht beißen. Du schmeckst nicht. Oh, oh. Jetzt mal hier ein bisschen durchpunchen, hier wird es ja richtig voll. Warum kommen denn so viele? Weil wir den Kran aktiviert haben. Ich stecke hier fest. Und die, bist du von der Gewerkschaft oder was? Heute ist Sonntag, heute wird nicht der Kran. Nicht außerhalb der Ruhezeit, ein Angriff. Kran. Kran an einem anderen Tag. Kran. Der Kran, ich... Ich muss mich reparieren, äh, heilen. Oh, Witch? Hör ich ne Witch? Lass mich mal die Olle machen. Da hinten kommt irgendwas. Wo ist die Arme? Oh shit. Geist, du rennst drum. Ich hatte den Smoker gesehen. Oh, trauriges Mädchen hier. Nicht weinen. Alles gut. Nicht weinen. Alles gut. Na, look, hat er's been slain. Nee, ich würde eher sagen, the Witch has been destroyed. Damit jag ich wen hoch. Ihr Gangster-Slang. Wollen wir mal einen Witz machen hier? Oh, Katana, Katana. Katana. Hehehe. Reloaded. Das machst du jetzt hier schon wieder getraten. Ach, das geht im Singleplayer nicht. Hehehe. Was? Das Brett kaputt schießen, wenn einer drüber läuft. Ach so. Geht der Multiplayer? Ja, im Multiplayer geht das. Hehehe. Zum Glück spielen wir alle alleine, ey. Dann hast du verloren, oder? Wieso kannst du drüber springen? Du kannst in beide Richtungen springen. Das ist witzig. Tabletten. Tank unter uns, glaub ich. Ich hör ihn, ja. Toll, und hier ist nur ein Scharfschützengewehr. Na ja egal. Ich begrüße ihn mit Boomer-Kotze. Ich hab auch welche. Wir nehmen leider die Treppe, Bill. Hier, ich kotze auf dich. Lauf! Ah, er lässt sich nicht lumpen. Wieder hoch! Er kämpft gegen die Zombie-Massen. Da kommt er. Oh. Der schießt Mafia. Oh, er fasst mich an. Rettet Kreis in den Rücken! Ich schieß nur Dalu grad in den Rücken, der läuft immer vor mich. Ach, du musst Pillen nehmen. Pill, oh ja. Hier! Haben wir! Getting off me! Oh Gott! Lasst euch Zeit! Das ging ja grad nochmal gut, ey. Nee, gar nicht. Ich hab Dalu grad gerettet. Der hat den anderen gerettet. Ich mich. Es schwebt nicht mehr auf. Es schwebt nicht mehr auf. Da kommt doch jeder in den Raum gelaufen. Das war ein anderer. Okay. Oh, Illusionist! Ach, das war Uri Geller? Ja, das war so toll. Der hat grad nen Löffel verbogen und dann kam er um die Ecke gebogen. Uri Geller ist ein Mentalist. Ein Illusionist ist... Ah, ne doch. Ich glaube, Uri Geller ist mehr ein Illusionist. Harry Proper ist ein Illusionist. Uri Geller? Die Uri Geller ist eine Erfindung, damit Frauen auf Raststätten zum Beispiel im Stehen bringen können. Ach ja, ich erinnere mich, ja. Was? Hab ich schon mal gesehen. Was? Das ist so ein Aufsatz für Frauen, damit sie extrem pinkeln können. Ja. Urinella heißt das. So ein ungedrehter Trichter. Ja. Sieht aus wie so ne Spritzküte für Kuchen und sowas. Und das wurde an Uri Geller angelehnt, oder was? Ja. Urinella. Ja. Oh, guck mal. Magiii. Dankeschön. Oh, habt ihr auch grad so'n Lag? Nee. Ich glaub Kreis hat ein Disconnect oder so. Hier habt ihr echt die Ahnung, ey. Boah, ich hab irgendwas Schlimmes. Oh, Mav hat die Horde angelockt. Boah. Ich wüsste nicht wie ich das gemacht haben sollte. Du bist aus dem Auto rumgesprungen. Oh, Kreis. 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 Oh, guck mal hier. Looters will be shot. Alle Hauptverlo-Karte. Du bleibst draußen, alter Mann. Okay. Okay. Get your asses in here. Get your asses in here. Geht nicht. Ich wurde ausgesperrt. Okay, ich musste... Ist die Tür wirklich noch zu? Du Arsch, jetzt wird's eng. What for the hell you shooting? Weißt du, dafür hast du auch die meisten gekillt noch. Die sechs. Ja. Ich hatte gerade einen sehr schäbigen Lag irgendwie. Ja, das hab ich auch im Skype gehört. Yay, Meisterschaden. Ja, den hast du. Ja. Francis, you should use your mad kid. Ha, 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 ha. Francis, you should use your mad kid. Hab ich schon. 1067 Schaden. Irgendjemand hat's wieder mad kid abgezogen. Ich hab halt nicht benutzt, der liegt nur rein. Nimm's dir doch mit. Der Kreis braucht noch eins. Ja, wir müssen warten, das Kreis im Spiel ist. Der leg ist. Der legt man nie. Der legt man nie. Hört die mich denn noch mal? Ja, ja, wir hören dich noch, aber du bist noch nicht im Spiel. Du bist noch nicht im Spiel. Ah. Ich bin gar nicht mehr. Nicht die Tür aufmachen, sonst läuft der Bot los. Da ist er. Oh, oh, Kreis. Oh, oh. Das ist ein O's, ich dachte, das ist ein Null. Null, Null, Kreis. Geht ja nicht, dann schreibt man eine Null groß. Ja. Nein. Ja, das ist halt eine arabische Null. Ja, so eine türkische. Darum liegt noch ein Medikid-Kreis. Kreis, muss dich voll krass verarzen. Ich hab doch eins in der Tasche. Aber du kannst es ja auch nutzen. Uh. Das wär ja ein Witz. El Niño. Heutzutage noch Medikids. El Niño. Null. 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 Hallo, Francis. Ja, was? Hallo. Hi. Ups. Ups. Francis schießt mich ab. Ich bin hier stehen. Oh nein. Auf dem Stacheldraht. Stacheldrahtzaun. In the morning. Stacheldrahtzaun. Late in the night. Aber wenn man das mal so betrachtet, hatte der Rab schon länger nichts krasseres mehr jetzt so, ne? Eine Zeit lang hat er ja ein Ding nach dem anderen rausgehauen, womit er unendlich viel Geld macht. Ja gut, jetzt macht er nur noch Events. Er hat in den Eurovision Song Contest gewonnen. Gewonnen? Ja, mit Lena. Nena. So, ja gut, aber als Produzent. Die Besten waren ja wohl beim Bundesvision Song Contest die No Angels. Nein, die Eurovision Song Contest die großen Oma, die Techno Oma. Sie waren nicht geil. Also ich fand ja diese, wie hießen sie denn? Diese, diese, diese diabolische Band da. Lordi! Lordi! Oh genau! Lordi! Oh, war super! Oh! Diese diabolische Band. Diese Diabolische Band. Die, die, die diabolische Band? Satantrick Kevlar. Aber ihr wusstet genau, von wem ich rede. Was soll denn das? Die nageln mich hier voll fest. An welcher Aussage? So, ich könnte Feuer machen, Kreis. Das war ich nicht. Das war ich nicht. Ich könnte Feuer machen, Kreis. Das war ich nicht. Das war ich nicht. Ich hab's da hingeworben und er hat sich eingezündet. Oh, ich hab's mit einem HP überlebt. Das ist nicht gut. Das war ich kein Schuss, ne. Feuer entzündet. Ja, ein HP, mit einem HP. Ich hab mit einem HP den Tank gegeben. Mit einem Schuss. Ich hab nur gehört, ich könnte das Feuer anmachen. Weil das war ich nicht. Ja, klar. Wir sind nicht nur mit angegangen. Ja. Ihr macht wieder einen Spaß hier. Sehr lustig. Gerade ködert die da unten und alle laufen außen hin. Genial. Oh, ich bin runtergefallen. Scheiße. Oh, oh nein. Oh nein, Kreis. Oh mein Gott. Nein. Boah. 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 Er versucht Kreis zu retten und dann... Oh, und dann passiert das. Oh, hier. Nein, nein, nein. Nicht auf ihn schießen. Lauf weg, Kreis. Ich seh nix. Kreis, komm. Rückgang, Kreis. Er ist angekotzt, er ist angekotzt. Er hat echt schlechte Laune. Links, links, links. Geradeaus, geradeaus. Wo ist links geradeaus? Das ist gut. Oh. Oh. Do I look like one of them? Haha. Haha. Watch where you shoot! Haha. Herrlich. Ruckzuck, Kreis, ne neue Frisur geschnitzt. Hahaha. Die Bitch ist da hin. Was ist das da? Alle geht wieder. Schrottgun. Da ist ne Gitarre im Haus. Ok, ich muss sie mit... Smoker! Ok, warte, wir müssen sie einfach abballern, während sie den Gang entlang läuft. Ich werde jetzt die ganze Zeit in den Kopf schießen. Haha. Die hat ja nur nicht so viel ausgehalten. Wer's mich auch kurz mein Leben opfern können, als ich's versuchen habe, oder? Ja, hätt's ja auch vorgehen können. Immer ran an den Fall. Ich muss da auf Kreis aufpassen. Haha. Ich stand doch hinter euch. Ja, und hinter dir stand ein Smoker. Und ich muss ja sagen, da kommt ein Smoker, wenn man dadurch ihn abschießt. Wo müssen wir denn hin? Äh, nicht den Strom anfassen. Was? Jetzt, äh, Dahlia. Entschuldigung. Ich hab dem Dalukat schon wieder voll ins Gesicht geschossen. Ja. Sonst ist ja auch so einfach so. Das passiert... Ja, das ist richtig. Sonst wäre das Spiel auch viel zu schnell zu Ende, würde ich hier nicht meine eigenen Freunde mal abschießen können. Wenn die mal vor wäre, würden die Vampire jagen. Dann würden wir Dalukat einen Dorn abschießen. Hm? Aber dann würde der auch im Licht leuchten und so. Dann wär ich im Spacken unsichtbar. Aber warte ab, das kommt bestimmt auch noch. Das ist jetzt... Die Zombie-Phase dauert jetzt so ein paar Jahre. Ja, aber die Vampire wurden absolut verschwuchtelt. Das geht nicht mehr. Ja, das... Ja doch, dann... Dann greift man nicht mit Flöcken an, sondern mit... Ne, das kann ich jetzt nicht aussprechen. Das ist ja noch ein Jugendspeich. Es gibt eine Half-Life-Mod, äh... Die könnten wir mal spielen eigentlich. Da geht's um Vampire und so. Da bekämpfen sich Vampire gegenseitig. Und die glitzern noch nicht. Das ist doch doch gut. Doch, aber... Ja, aber dann sagt der... Dann sagen ja alle in den Kommentaren, das sind ja gar keine Vampire. Oh, ich wurde angelutscht. Oh Gott. Der zieht mich aber auch einfach raus, ist der Dreck sack. Los, 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 rein hier. Hier sind noch Tabletten rein. Scheiße, komm mal rein. Hier sind noch Tabletten. Uh... Könnte ich gebrauchen, sagt sie. Weapons over here! The Weapons over here! The Weapons over here! The Weapons over here! The Weapons over here! Hier ist ein Molotow. Hier ist ein Diffi. Oh, komm doch bitte mal! Er hat die Tür aufgemacht! Äh, zu! Hey, du hast einen Freund hinter dir! Louis! 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 Das ist ja... Warum? Unser... Unser Flieger ist irgendwie... Hat irgendwie Verspätung oder... Meinst du der kommt noch? Weiß auch nicht! Oh, hier ist ne Gucci Tasche! in Prada... Und Prada... Ouu... Und...